Franz Eugen Schlachter, geboren 1859, gestorben 1911, hat buchstäblich während seines ganzen Lebens an der Übersetzung der Bibel ins Deutsche gearbeitet. 1893 begann er mit dem Buch Hiob, bis 1905 die erste vollständige Miniaturbibel vorlag. 1902 bis 1903 brachte er zwei Auflagen des Neuen Testamentes heraus. 1905 wurde die erste Auflage der gesamten Bibel herausgegeben und wurde bis 1911 in insgesamt zwölf Auflagen veröffentlicht. In diesem Zeitraum brachte er auch drei Sonderausgaben von 1907 bis 1908 der Bibel heraus, als eine Hand und zwei Hausbibeln. Nach Schlachterstod nahmen Karl Linder und Ernst Kappeler die erste Revision der Schlachterbibel vor. 1912 wurde das Neue Testament von ihnen veröffentlicht und die nun 13. Auflage der neuen Bibelrevision Schlachter 1913 erschien. Dabei wechselten die Druckrechte 1918 von Bonn nach Stuttgart und sie wurde dort bis zur 20. Auflage 1952 in Deutschland veröffentlicht. Eine 21. Auflage der Linder-Kappeler-Schlachter-Übersetzung wurde bis ca. 1965 international vertrieben. 1945 erschien eine weitere Revision des Neuen Testamentes und wurde sechs Jahre später als ganze Bibel unter den Namen Schlachter 1951 bekannt. Willi und Gertrud Mauerhofer brachten diese komplette Revision heraus. Die Auflagen wurden nicht mehr gezählt, aber 48 Jahre konnte sie sich bis zur letzten Druckfassung 1999 verbreiten. Eine neue Revision der Schlachterübersetzung kam 1999 mit dem Neuen Testament heraus, die Schlachter 2000. Hierbei wurde unter anderem die Übersetzung an die Textus Receptus Tradition herangebracht. Verantwortlich für diese Übersetzung waren und sind Rudolf Ebertshäuser, Paul-André Eicher, Martin Heide, Herbert Janssen, Roger Liby, Gottfried Maron, Peter Toskan und Gottfried Wüderich. Die erste komplette Ausgabe erschien 2002. Am bekanntesten ist heute die Schlachter 2000-Ausgabe mit Studienhilfe und Parallelstellen, die in der Schweiz 2003 erschien und später auch in Deutschland von 2006 bis heute in acht Auflagen vertrieben wird. 20 Jahre später erscheint nun eine neue Revision. Hierbei wurde die Schlachter 1951 nach 70-jährigem Bestehen neu herausgebracht mit Anpassungen im Neuen Testament des heutigen Sprachgebrauchs und ebenfalls die Überarbeitung zum Textus Receptus. Der Herausgeber hebt hervor, dass die Schlachter 1951-Revision noch näher am griechischen Urtext des Neuen Testamentes sich bewegt, im Vergleich zur Schlachter 2000 und einige Stellen neutraler übersetzt wurden. Auch wenn sie offiziell Schlachter 1951-Revision benannt wird, ist sie unter einigen Christen auch als Schlachter 21 bekannt. Der Sprachstil der ursprünglichen Schlachter 1951 sollte dabei erhalten bleiben. Eine leichte Revision des Alten Testamentes der Schlachter 1951 ist bis 2026 geplant. Die komplette Bibel mit dem Text der Schlachter 1951 im AT und die 51er-Revision im NT soll bis Ende des Jahres vorerst als Taschenbuchausgabe zu bekommen sein, ähnlich der Kaffeebibel. Die NT-Version gibt es mit qualitativen Hardcover auf Amazon oder auch als Taschenbuch oder eine Kindle-App-Version für PC, Handy und Tablet. Link dazu findet ihr in der Beschreibung und im Kommentarbereich. Kommen wir nun noch zu den Hörbüchern. Zur Schlachter 2000 gibt es zwei Hörbuch-Versionen. Version 1 von 2004 AT und NT, vertont von Hano Herzler mit mehreren Fehlern durch eine mangelhafte Endabnahme. Diese Version befindet sich auch auf vielen öffentlichen Plattformen, unter anderem auf dem YouTube-Channel Glaubensgerechtigkeit. Hiervon kann man nur abraten. Version 2 von 2018 AT und 2019 NT, vertont von Hano Herzler, eine Fehlerbeseitigung von fehlenden Versen und Teilversen im AT und NT, die in Version 1 eingearbeitet wurden. Diese ist käuflich als MP3-CD NT 16 Euro, AT 40 Euro zu bekommen. Von der neuen Schlachter 1951-Revision gibt es drei Hörbuch-Versionen des NTs. Version 1 von Hano Herzler. Version 2 von Markus Off, dem Synchronsprecher von Jesus aus dem Film Das Johannesevangelium. Beide Versionen gibt es kostenfrei auf dem YouTube-Channel Schlachter 1951, wobei die zweite Version in ein paar Wochen da erst erscheinen soll. Die dritte Version ist eine Nachbearbeitung der zweiten Version in einer anderen Klangfarbe auf dem YouTube-Channel Nature23, wo nach und nach weitere Kapitel erscheinen sollen. Alle drei Versionen sind kostenfrei und können mittels bestimmter Programme von YouTube heruntergeladen werden als MP3-Dateien. Eine kostenlose direkte Downloadmöglichkeit der einzelnen Kapitel wird im Januar 2023 zur Verfügung gestellt. Ob sie nun Inhaber der Schlachter 1905 von Franz Eugen oder der Schlachter 1913 von Linda und Kappeler oder der Schlachter 1951 oder der Schlachterrevision 1951 sind, wünsche ich Ihnen weiterhin viel Segen beim Lesen oder Anhören. Gottes Segen im Namen des Herrn Jesus. Gottes Segen im Namen des Herrn Schachter 1915